Moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial und heute soll es in diesem Tutorial darum gehen, wie füge ich Busse oder auch Maps oder auch Repaints ein. Das ist immer dasselbe System kann man sagen. Wir haben uns jetzt drei Beispiele genommen. Einmal eine Straßenbahn ist aber das gleiche wie mit einem Bus, werdet ihr dann auch sehen. An der Tatra haben wir uns das Beispiel genommen. Einmal eine Map, Manningen, 100% Freeware und einmal an einem Repaint, das ist für den Chicago City Bus, ein BVG Repaint. Ja, und wo können wir uns die Sachen überhaupt downloaden? Frage Nummer 1. Also, eine sehr gute Seite zum Downloaden ist natürlich das OMSI Forum direkt. Könnt ihr eingeben bei Google OMSI Forum, ihr werdet es direkt finden. Hier habe ich Manningen zum Beispiel direkt gedownloadet. Und, ja, sind halt die ganzen Bilder. Dann seht ihr schon, man braucht für Manningen zum Beispiel entweder hier einmal mit HAA, äh mit HAA Hamburg Add-on. Kann man aber auch ohne Hamburg Add-on downloaden, hier dann. Und verbesserte AI-List und Repaints. Dazu kommen wir dann auch nochmal in einem Tutorial. Das sind halt die Busse, die rumfahren. Wir nehmen jetzt mal die Tatra hier. Dafür brauchen wir schon mal ein Programm. Das ist eine ZIP-Datei. Genau wie das. Ja, wohl, das ist eine RAR-Datei. Aber es funktioniert auch. Und das ist auch eine RAR-Datei. Okay, wir können mich rechtsklicken, wenn es bei euch so nicht funktioniert, wenn ihr es noch nicht angegeben habt, dann 7-ZIP und öffnen. Ist ein kostenloses Programm. Winra ist die Demo kostenlos. Naja, ich kann euch 7-ZIP empfehlen. Ist einfach und erfüllt seinen Zweck. So, hier haben wir die Tatra. Dann sehen wir Tatra OMSI 2. Wir sind im OMSI 2 Ordner. In der Regel, wenn ihr nichts geändert habt am Speicherort, findet ihr unter Boot C, also unter Laufwerk C, dann unter Programme x86, Steam, Steam Apps, Kammern und OMSI 2. Ich habe es auf dem Datenträger D, aber genau gleich abgespeichert. Gut, nur nicht direkt unter Programme x86, sondern hier unter Steam, dann Steam Apps, Kammern und OMSI 2, Verknöpfung, die habe ich auf dem Desktop. Ja, das ist das hier. Und wir sehen OMSI 2. Hm, wie füge ich das jetzt ein? Ich klicke auf OMSI 2 und diese 4 Ordner kopiere ich. Und in dem Fall brauche ich sie nicht kopieren, ich kann sie einfach direkt rüberziehen. Habe ich schon gemacht, brauche ich jetzt im Prinzip nicht machen, aber ich mache es nochmal, um es euch zu zeigen. Ja, in dem Fall haben wir 4 Ordner. Normalerweise hat man 2 Ordner, das ist Vehicles und Fonts. Fonts sind die Schriftarten, die Matrix. Und Vehicles ist der Zug oder der Bus an sich. Da brauchen wir jetzt nicht, das brechen wir mal ab. Ähm, ja. Ja, manchmal habt ihr auch einen Ordner, wo dann das steht, Tatra oder Mercedes, was weiß ich. Und dann Fonts. Der reine Bus. Also so sieht eine Vehicles-Datei aus. Texture. Sound, Scripts, Readme, gut, Readme nicht unbedingt. Models. Und dann hier viele Dateien. Und das fügt ihr dann bei Vehicles ein. Da, seht ihr auch. Hier zum Beispiel, keine Ahnung, Chicago City Bus. Sieht auch so aus, wie ihr seht. Das ist immer das gleiche. Senior Objects sind jetzt Objekte. Und Fonts ist die Schrift. Und die Add-ons hat man normalerweise nicht. Okay, so fügt man Bus ein. Bei der Map ist es genau das gleiche Prinzip. Mit dem Manningen. Und dann lesen wir mal. Benötigte Add-ons. Da muss man aufpassen. Es reicht nämlich nicht, wenn man nur diese Map downloadet. Denn, wir machen das mal größer hier. So. Da seht ihr schon. Man braucht das. Kann man dann draufklicken und downloaden. Downloaden, downloaden. Das ist meistens relativ viel. Aber man wird irgendwann bemerken, das wiederholt sich alles meistens. Man, bei vielen Maps hat man doch dann die gleichen Add-ons. Wenn man sie so gesehen einmal gedownloadet hat, hat man das dann hinter sich. Ist erstmal viel. Naja. Aber man muss halt immer darauf aufpassen. Da gibt es auch noch einen Trick. Wenn ihr die Map installiert habt, könnt ihr euch Omsi Map Tools downloaden. Das ist eine Echse. Die könnt ihr einmal abspielen. Und dann müsst ihr hier eine Map aussuchen. Zum Beispiel Manninger machen wir jetzt mal hier. Zack. Und dann sehen wir es successfully. Und wir sehen dann. Dauert einen Augenblick. Oha. Es dauert jetzt sehr lange. Aber wir können dann hier klicken auf Missing Objects und Missing Spline. Dann können wir sehen, was fehlt. Und dann können wir das halt bei Google suchen und downloaden. Also es ist ein sehr hilfreiches Programm. Das läuft jetzt gerade nochmal durch. Und ihr seht wieder hier. Im Manningen Ordner ist genau das gleiche Spielchen. Wir haben Omsi. Alternative Ailes können wir weglassen. Wir klicken dann in dem Fall auf Omsi. Und dann haben wir hier die Sachen. Die kopieren wir dann wieder. Und ziehen wir in den Omsi Ordner hier rein. Zack. Also einfach hier reinziehen. Zack. Ganz einfach, ja. Ist keine große Kunst. Und die Manningen Hofdatei. Die müsst ihr dann. Das zeige ich euch auch nochmal im nächsten Video. Genau mit den Hofdateien. Die fügt ihr dann bei den jeweiligen Bussen ein. Und dann könnt ihr mit denen auch fahren. Ähm. Ja. Das ist kein großes Spektakel. Das mit den Maps. Seht ihr Manningen. Und dann hat man hier so Sachen wie. Parklist hat man auch. Oder E-List und sowas. Das kann ich euch auch noch zeigen. Ja. E-List. Das zeige ich euch auch nochmal im anderen Video. Und wollen wir mal gucken, ob das fertig ist. Na. Das ist abgeschmiert. Na ja. Aber ihr habt das Prinzip ja verstanden. Kann man sich auch downloaden. Müsst ihr mal. Google nach. OMSI Map Tools. Und dann habt ihr es. Ähm. Ja. Kleiner Tipp. Wenn ein Programm abschmiert und nicht wieder anspringt. Macht ihr Alt-Stl-G entfernen. Klickt auf den Task Manager. Und dann könnt ihr hier. Twitch kann ich auch mal schließen. Und Map Tools. Zack. Schließen. Dann ist es weg. Normalerweise. Naja. Darum geht es ja jetzt gar nicht. Kommen wir zum Repaint. Ihr werdet sehen. Das ist immer das gleiche Prinzip. Repaint. Oh. Was machen wir denn jetzt? Wir haben hier keinen OMSI Ordner. Hm. Das ist ja blöd. Was soll ich denn jetzt machen? BVG. Äh. Ja. Okay. Aber was soll das? Was soll ich damit machen? Das sind jetzt Repaints. Okay. Wir wissen es handelt sich um den Chicago City Bus. Also müssen wir mal in den Vehicles Ordner. Gucken wo ist der abgespeichert. Aha. Chicago. Chicago. City Bus. Aha. Muss ich hier rein. Ja und dann. Repaint sind immer bei Tektcher. Und dann habt ihr hier Werbung. Da muss es ja drin sein. Vorsicht. Aufpassen. Einmal Werbung. Und Werbung 60. 60 ist in dem Fall 60 Fuß Länge. Also den hier. Das ist der Bus. Das ist die Repaint Vorlage für den Gelenkbus. Manche haben zwei separate Ordner. Wie zum Beispiel der Citaro für Gelenkbus und Nicht-Gelenkbus. Da ist es dann nochmal besser unterschieden. Dann habt ihr hier beide Dateien. Einmal die CTI. Da komme ich auch nochmal mit einem anderen Video zu. Was dieses Set war Befehle überhaupt sind hier alles. Und was das überhaupt alles ist hier. Aber das ist erstmal Banane. Ihr fügt das hier einfach ein. Wie ihr seht das habe ich noch nicht eingefügt. Habe ich erst gedownloadet. Dann könnt ihr das schließen. Und dann könnt ihr im Prinzip auch den ganzen Kram schließen. Und dann habt ihr eine neue Map. Einen neuen Zug oder einen neuen Bus. Und ein neues Repaint. Was gibt es denn Schöneres? Wenn ihr in Mannington Repaint downloadt. Die Mannington Map und irgendeinen Bus den ihr auf Mannington fahren wollt. Habt ihr sogar ein komplettes Paket. Aber wichtig. Ihr könnt nicht einfach fahren. Das ist nämlich ganz wichtig. Dafür müsst ihr die Hofdatei einfügen. Und das zeige ich euch in der nächsten Folge. Was die Hofdatei ist. Was man da ändern kann. Und wie ihr die einfügt. Also erstmal bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe ich konnte euch helfen. Ich habe es versucht relativ kurz und knapp alles einmal zu erklären. Und wie ihr seht es ist immer wieder dasselbe Prinzip. Und ja nur manchmal muss man aufpassen. Wenn Sachen anders gespeichert sind. Wenn ihr zum Beispiel hier bei dem Bus oder bei der Bahn. So auf dem richtigen Bildschirm. Ja immer blöd wenn man zwei Bildschirme hat. So Sekunde. Wenn man hier jetzt zum Beispiel. Wenn hier jetzt zum Beispiel OMSI steht. Und dann hier. Wenn hier jetzt ein Ordner wäre. Kann ich nicht machen. Weil das eine ZIP Datei ist. Ich könnte sie entpacken auf dem Desktop. Dann könnte ich sie bearbeiten. Wenn hier jetzt zum Beispiel nicht wie Heikel stände. Sondern keine Ahnung. Mercedes-Benz Citaro. Dann darf ich das nicht einfach in OMSI einfügen. Dann wird es nicht funktionieren. Sondern das muss ich dann wissen quasi. Dass das ein Vehicle ist. Vehicle heißt ja nichts anderes wie Fahrzeug. Und. Ja. Das Fahrzeug fügt ihr dann unter Vehicles ein. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Darauf müsst ihr dann aufpassen. Aber ansonsten könnt ihr das normalerweise alles kopieren und einfügen. Und das ist die ganze Magie. Und hier habt ihr. Hier habe ich euch das ja extra nochmal gezeigt. Normalerweise wäre hier ein Ordner. Dann steht da OMSI 2. Dann der Bus. Repaints, Vehicles, Blablabla. Könnt ihr alles direkt einfügen. Aber in dem Fall ist wieder der Clou. Dass ihr dann aufpassen müsst. Wo ich das speichern muss. Und. Dass ich das dann in diesen Ordner auch richtig speichere. Das ist ja ein Gelenkbus. Da haben die. Ich sag mal. Da schlampen die oft ein bisschen rum. Die Repaint-Ersteller. Das könnte man ganz einfach in zwei Minuten machen. Dass das dann die Leute einfach haben. Naja. Manche machen es halt nicht. Weil sie selber dann wahrscheinlich die Zeit sparen. Oder keinen Bock drauf haben. Und wie gesagt. Das ist immer ganz wichtig. Die benötigten Add-ons. Der ist immer ein wichtiger. Und guck mal. Hier ist noch eine Zusatz-Info zum Beispiel bei. Da wird wahrscheinlich auch noch irgendwas Wichtiges stehen. Hehe. Meine Beta-Tester. Ja, bitteschön. Hehe. Naja. Genau. Das sind die Punkte, auf die ihr achten müsst. Und generell. Das sind die Punkte, wie ihr eine Map installieren könnt. Habe damals schon mal ein Tutorial gemacht. Das war aber nicht so ganz gut. Darum habe ich das jetzt nochmal aufgefrischt. Dachte ich mal. Weil ja auch immer wieder die Fragen kommen. Habe ich das jetzt einmal gemacht. Und somit habt ihr es dann auch in guter Qualität jetzt das Video auch. Ja, von daher viel Spaß beim OMSI-Fahren oder Straßenbahnfahren oder was weiß ich. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. 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 Vielen Dank.